Das ist der Sieg im neuen Jahr, die Vorsätze. Wir hatten eine Rechnung offen mit den Nullmann und jetzt haben wir gezeigt, dass wir auch auf der Schuhe passen können. Wieso trefft ihr uns besser als im letzten Jahr? Ich weiß nicht. Ich denke auch, dass wir in der Hinrunde nicht als Mannschaft gespielt haben. Das haben wir heute viel besser gemacht. Wenn man einfache Punkte macht als Team, dann ist es viel einfacher als die richtigen Schüsse. Ihr habt ja auch den direkten Vergleich gewonnen, wie wichtig es ist. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Wir wollen halt auf den Platz 3 hoch, das ist unser Ziel. Da müssen wir halt auch in den gleichen Jahr. In den nächsten Spielen geht es jetzt so weiter, wie heute? Ja, das hoffen wir. Das nächste Spiel ist gegen Rollerwolf. Die sind halt sehr, sehr stark. Das muss man sagen. Das ist ein bisschen die Absteige von der ersten Liga. Aber wenn wir halt weiter arbeiten, dann können wir den nachfragen, glaube ich. Es kommen ja jetzt auch ein paar gute neue Nachrichten. Was sagst du? Heute zu den U-Kammern? Ja, Kate hat heute ihr erstes Bundesliga-Spiel gemacht und es war sehr gut. Hat auch einen Assist gemacht. Ja, also ich meine, es ist schön, dass wir auch junge Leute von unten haben bekommen und das brauchen wir. Und das haben wir im Verein. Dieowych 못ger aus demナen. Die vierte. Die zwei. Also das haben wir im Verein. Die vierte. Die vierte sind. Die vierte.